Hallo! Hä? Was? Ah, es geht schon los? Mach jetzt! Ja, es geht doch schon los! Ja, ich hab die ganze Zeit gesagt! Okay, Herzlich Willkommen zu TTT Nein, wieso auch nicht? Ich hab ihn noch erschossen, Holzkopf! Ich bin gerade eben in der Ansage, sorry! Wirklich? Ach du scheiße, was? Also, auf jeden Fall dabei ist der Exe Ja, ich bin mit dabei! Grievous, Vanva und Gu Warte mal, du Holzkopf, hol dir meine Punkte raus! Oh, das tut mir echt leid! Hol dir die Punkte wenigstens mal raus und kauf mir wenigstens was zum heilen Ja, ich wollte... Lalalalalalalalalalala Aber ich hab ja... Hat ja mal gesüffelt Moment, Flory? Irgendjemand hat getrunken, wer hat das schon Schaden? Danke schön! Bitte! Ich brauch selber auch noch... Ich hab Bomben gefunden! Wow! Hier sind sie! Warte! Kannst du mal bitte hierherkommen und das Kind wiederbeleben? Das hab ich auch so aus denen umgebracht, weil ich dachte wir sind noch in der Preparing Phase einfach mal so aus Renn, Spaß und Freude! Und dann warst du doch ein bisschen zu gefährlich mit Goom und sei doch Sniper! Juhu! Bin wieder heile! Okay, hast du jetzt noch ein... Die drum... ...delibrierter? Ne! Oh scheiße! Oder? Ah doch ich kann eins kaufen! Ja das mach mal! Ja ich muss aber erst mal zu euch gelang... Ich hab mir hinzu... Ich hab mir schon hier bei den ganzen Bomben abstehen... Wir das ganze Trader Bomben ist ja... Okay... Bei den Trader Bomben... Na, hier, da sind zwei, da sind zwei, da hat grad jemand an dir. Oh shit. Hä? Ähm. Geh weg! Ach du Scheiße. Oh Gott. Warum, Andi, warum? Halt dich. Haha. Hahaha, schön. Äh, lag da grad nen D-Til-Punk? Ja. Das geniale war, Wanwar wurde trailt und hab mir direkt alle seine Punkte gegeben. Ja, ich wusste ja, dass ich von Andi getötet werde. Ah, das war das schöne, da konnte ich schöne Shoppingtube machen. Ich hab erst grad nicht mitgeschnitten, dass du schon anfangen, deswegen hab ich dich grad nicht so... Meine Waffe. Wanwar hat's mitbekommen und hat mitgedacht. Ah. Was? Haben wir den Glück? Ja, im Gegensatz exekennall das. Man hat übrigens auch letztens meine Gruppe gespielt. Loll. Ja, ja. Ich kann keine Tauben hier anbringen. Wie cool ist das denn? Wuuuuh. Naja, die ganzen Tag... Also Peter unterstützt das einfach. Hey, 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 hey. Ich fliege morgen weg. Hahaha. Hahaha. Hey. Hurrrr. Was ist das so? Boah, ich weiß grad die, der wach auskommt. Was ist das für ein Auto? Man kann die aber nicht mitnehmen. Hä? Ich hab grad wieder getrunken. Puh, ich hab mein Tee getrunken. Ich hab schon mal nicht. Wow, wir sind... Hä? Wer hat mich denn jetzt... Flory? Ich hab nichts gemacht. Du hast mich einmal getroffen. Nein. Ich hab 75. Ich hab 75. Nein, 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 nein. Den über dir. Äh. Ja, das war... Ich bin die Tekken. Hahaha. Oh, Mann. Warte mal die Fiese. Warte mal die Fiese. Schön, schön. Warte ich mal. Wunderbar. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Warte, bitte aufhören. Was musst du denn machen? Wißt du? Zack. Was ruht das sich hier an? Ah, da war. Da war ich ja ganz in der Nähe. So. Pass auf, geht alle da unten weg. Ich muss springen. Geh da weg. Exe, ich bin hier oben. Na ey, Flory, geh da weg. Exe, ich bin immer noch hier oben. Exe, du müsstest springen können, oder? Oh, weia, sind die Schwimmel. Wo ist die Leiche jetzt hin? Äh, da hoch, da hoch. Ich hab gesagt, ich bin hier oben neben dir. Äh, du weißt, Gu und ich haben gecrawlt. Loll. 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 Äh, keine Punkte mehr drin. Keine Punkte mehr? Hä? Ich hab auch nicht, äh, confirmed. Ich hab hier so übelsten Spannungen gefunden. Ja, aber wenn ihr da alles ausgegeben habt, dann hast du irgendwas aufgesammelt? Stimmt. Nein. Oh, der hat die, ähm, verschenkt. Wer weiß. Also der, der confirmed hat, einer von den beiden unten ist Traitor. Ich weiß nicht, wer confirmed war. Nichts wegen, der kann auch alles ausgegeben haben. Oder lagen irgendwelche Items, wo er gestorben ist. Nein, eigentlich lagen eben keine Items. Deswegen ja. Der ist ja runtergefallen. Er kann auch mal da und alles gekauft haben, deswegen. Wow, weg da! Wow. Ey, mein Herz. Das war knapp. Was? Nö, ich geh wieder zur Spannung, Alter. Alter, gleich. Können wir jetzt beide so schön weglotzen, wenn ich Traitor wär. Ach ja, warte, weil du hast eben die Traitor von Wasser aktiviert letzte Runde. Und dann bin ich da fast dran gestorben. Ach, Quatsch. Nur hat keiner gehört, wie ich mich ausgeheilt hab. Oh, scheiße. Jetzt runter. Hättest du mir die Punkte nicht gegeben, hätte ich's 100 Pro nicht. Äh, GOOM ist es. GOOM ist es. GOOM ist er mir gestorben. Du hast den da oben erschossen. Nein. Ich hab mich verarschen. Ich hab Revis runtergeschossen. Confirm. Hm. Ich bin jetzt runter. Was? Ich hab ihn erschossen übrigens. Ähm, confirm ihn. Ja, machen wir wieder. Oder... Er war eben... Erschieß mich. Wieso hast du ihn erschossen? Weil irgendeiner behauptet hat, der hätte da unten erschossen. Wann war meinte, er hätte irgendwie... Praktisch. Nee, sonst keine Leiche außer Wann war. Und... GOOM. Wart mal, dann ist es... Nur bei Google geschossen. Entweder Andi oder Flori. Nö. Also... Dann würd ich dir sagen, mach Flori weg. Ich bin die ganze Zeit beim Spanner, oder? Ey, das ist keiner Proven. Du bist nicht Proven, Johanni. Ja, von mir aus gesehen halt. Dann mach Flori alle. So, das ist jetzt langweilig. Geht ihr alle weg? Scheiße, okay. Das ist scheiße. Geh weg. Scheiße. Wegen des... Wow, wie bist du jetzt runtergefallen? Flori oder Andi? Wirklich? Ah, da ist Flori. Weil ich bin die ganze Zeit beim Spanner, Otto. Ich bin die ganze Zeit. Ja, ich... Der Typ mit den 10.000 Fernseher. Warte mal, ich guck mal genau durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ach doch, da sind wir. Flori! Scheiß Waffe. Scheiß Waffe. Ja, Scheiß Waffe. Wie schlecht man war. Also... Das sah aber sowas von aus, als hättest du den... Das muss man mal hinkriegen. Guck mir mal... Guck dir meine Folge an. Favorisiere sie. Kommentieren und teilen. Ja, ein paar Jahre. Und dann, äh... Siehst du das. Aber das sah ja nicht genial aus. Ich bin... Auf der anderen Seite... Ich schießt Grievous runter und er sagt... Grievous! Ja, da ist die Leiche runtergefallen. Auf jeden Fall. Da ist ne Leiche nach nem Sch... Da ist ne Leiche nach nem Sch... Da ist ne Leiche nach nem Sch... Da ist ne Leiche nach nem Schuss runtergefallen. Ich sehe das nicht. Ja doch, die von Grievous. Und im Flug... Könnte man das nicht sehen. Ja. Deswegen muss man sofort wenigen umbrechen. Ja, ja, ich muss schnell sein. Achso. Ne, ich hab dich ja nicht umgebracht. Das war ja jung. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Exel? Exel? Du musst dich aufpassen, das Wasser kann man als Trailer voll aktivieren. Ich fand das jetzt nicht so. Ich hab' ja nicht so. Oh, das war ja nicht so. Was hab' ich? Okay, ich äh... Exel ist wahrscheinlich wieder Filter. Okay. Exel ist da echt am Wasser. Das, ja. Ähm... Das, Flori, pass auf. Ich gehöre zu meinem Spanner, Otto. Äh, wir können an dir erschießen, das wisst du, ne? Was? Ja, er hat doch die Wasserverdaktiviert. Ja, genau. Es ist wieder derjenige, der hier... Die Wasserverdaktiviert hat? Ja. Ja. Ihr hört irgendeine Scheiße und ich bin's wieder oder was. Ach. Boom. Ach, das ist jetzt aber Scheiße. Ähm, was ist das hier? Ach, Johanni! Äh, hast du schon Punkte rausgeholt, zufällig? Nee. Na, schau mal. Ah, warte, hab ich reingeschaut. Das ist... Ach, doch, ich hab Punkte. Ja, dann werde ich auf jeden Fall Pufen. Schau, dann kann ich kein Ding kaufen. Kein Ding? Also, wenn du dir jetzt ein Ding kaufen willst, ne? Dann, dann... Ihr und eure ekelhaften Fetische, wisst du das? Ist das auf jeden Fall... Ist das eigentlich dein Organhandel? Kommt drauf an. Kommt drauf an, von wem du das Ding jetzt verkaufen willst, ne? Wenn du von Exxon und so weiter... Ich glaub, du was bringst, das zählt nicht runter. Äh? Oder wenn man jetzt das von der Nicole nimmt, ist das dann eigentlich Recycling? Ist eigentlich schon Traitor tot, ja. Ja, Johanni. Der ist dir hier, glaub ich, runtergefallen, oder? Ja, weiß es nicht. Ist er runtergefallen? Ja, ja. Was ist da denn passiert? Da ist gar nichts passiert. Achso. Ach, Andi! Ja? Irgendjemand hat da die Superfalle aktiviert. Ja, ich war's nicht. Ich würd' sagen mal, Andi... Ja, ja, Andi ist ja da hinten. Wieso? Ja, ich bin wieder... Alter, ich war die ganze Zeit bei meinem Kumpel Fred und dann werde ich hier so... Ich weiß nicht, wie lange das Wasser vergiftet ist. Scheinlich nicht. Wann geht's einfach rein? Ja. Hier, das ist so eine Mega-Falle, glaub ich. Ja, super. Ja, jetzt bin ich tot. Ja? Okay, Andi ist auf jeden Fall. Ich hab' ihn angekratzt. Ja, ja, das weiß ich, ja. Äh, ich suche mir mal in sich hin rum. Na ja, sicher. Das war episch. Hat er keinen Plan gekriegt zum Teufel. Hä, diese komischen Bretter sind einfach weggegangen und dann bin ich runtergefallen. Ja, das ist eine Falle. Ja, war echt chill. Aber hier ist auch so eine Overkill-Trader-Falle. Andi hast du dich wieder hochgeheilt? Ich weiß auch nicht, wie die funktioniert. Ist ja voll... Ich hab die voll getroffen mit der Shotgun. Warte mal, wir funktionieren die Overkill-Trader-Falle. Ich weiß, die ist relativ weit oben. Und ich glaub, die tötet alle in der Höhe. Ich weiß... Kann es sein, dass der Flopper einen Defi... äh... blockiert? Der Flopper hat eigentlich geklappt eben bei mir. Nein, dass der einen Defi blockiert. Ja, wenn der gleiche Slot ist, ja. Ja, möglicherweise. Sorry, Andi. Noch mal. Wieso? Ich war in Ruhe noch mal bei meinem Kumpel da hinten. Ja. Der hat mir den Double-Barrell geschenkt. Ach, komm ich jetzt nochmal hoch? Oh, in Ruhe. Und wahrscheinlich auch die ID-Credits. Und... hm? Busch. Äh... Da hat jemand... Okay. Ich war's nicht, ich war's nicht. Busch. Es war oben. Andi, 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 Andi ist es. Andi ist es bei der Straße. Ach, nein. Oh, Tatsache. Da hast du recht. Warte mal, wer ist da unten? Warte mal, komm mal in die... Komm mal da, wo du mich grad gesehen hast. Ja, 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 sorry, sorry, Andi. Oh, danke. Sogar ein Punkt noch. Ja, Andi ist auf jeden Fall proven. Willst du geheilt werden? Nö, ich hab ja volles Leben. Will ich mal Johanni wieder beleben? Ich kann dir nix dafür, das läuft ja hier neben mir. Wir können ihn ja hier oben hinpacken. Unsere neue Statue. Leut. Axel ist auch tot. Ja, ja. Warte mal, wer ist jetzt noch alles am Leben? Jo. Warte, bleib, bleib. Wer ist der Einzige nicht hier? Ich glaub, Kugel ist. Ne, Kugel ist es da. Hm. Na gut. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer als erstes schießt. Wer als erstes schießt. Gibt mir Johanni? Nein, 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 warte, ich will ihn. Okay. Oh, ne, ein bisschen, warte. Dann hat er mehr Zeit, Sachen rauszufinden. So. War eigentlich einer von euch schon mal beim Spannup? Der lässt sich ziemlich hängen, der Typ. Ah. War einer von euch schon mal beim Spannup? Oh, 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 oh. Ach, Mann, da war jemand in der Nähe als ich gesüffelt hab. Ich wollte eigentlich gerade runterspringen. Wow. Andy, das war eigentlich nur so zum Spaß. Das ist immer so, das Waffenwechsel ist immer so verpackt, weil man das getrunken hatte. Ja, das ist wahr. Wenn er wechseln können, dann hätte ich Andy vielleicht noch gekriegt. Einfach immer ganz aufs Eis, zwei Rennen. Der war jetzt echt braun. Ich hab einfach mal ne Plasma drunter geworfen. Du musst nicht widerstehen. Ups. Andi, ich hab's gesehen, dass du neben dir stehst. Ich hab bloß gesagt, oh, warte, also warte, man schmeißt dir noch was in den Mund und ah, buf rein. Ich glaub, ich geh noch mal zu meinem Kumpel hinter. Ich glaub, ich geh nix mehr auf die Höhen. War ihr schon mal beim Spannupfret eigentlich? Spannupfret? Ja, direkt schießt schon jemand wieder. Ach man, da klaut er mich nicht viel. Ja, ich musste die Kieschen kaputt machen. Das tut mir leid, aber wiederum auch nicht. Was ist das denn jetzt wieder für Musik? Au! Oh! Hey! Hä? Du hast doch... Entschuldigung, da hat er noch getrunken und ist runtergesprungen. Ja, das bin ich. Aber da sind die Bretter wieder weg. Hey, D, du darf das doch. Da hast du ein Brett vom Kopf. Ich hab ja bloß trinken hören und dann ist er noch runtergesprungen in der Explosion. Da hast du den Namen gehört. Was ist das denn für Musik? Voll merkwürdig. Die Musikerwerte. Das Musik. Das ist so richtig... LOL! Hä? Das war die übertriebene Traitor-Falle. Ich checke halt auch nicht, wie ich gestorben bin. Wie hast du mich gekillt gehoben? LOL! Die killt alles um? Ja, ja. Das ist es ja. Die ist ein bisschen über den vielen Bereich. Deswegen ist sie ja ein bisschen übertrieben. Deswegen... Alter, ist die OP. The fuck? Ja, ich finde... Das ist ja immer hart OP. Das Ding ist, nicht jeder weiß, welcher der Fallen das ist. Ich weiß nicht, wer jeder ist. Ja, ich auch nicht. Das sind so viele tausende Fallen. Ich hab das ja in Bereiche abgegrenzt. Oh fuck! Ich bin aber auch mal hier in diesem roten Ding, da wo die Autos da drin stehen und so. Die ist aber nicht übertrieben. Die ist aber nicht übertrieben. In der roten Hand. Ich bin ja auch mal gestorben. Hast du gestorben? Nee, ich mein... Ey, ich werd abgeschossen mit der Double Barrel. Und bei dem roten... Da hat jemand was getrunken. Das war eigentlich ich. Cola's White? Ok, jemand hat die Bretter weggemacht, als ich drauf stand. Du weißt, dass wenn man da drüber läuft, dass die weg gehen. Das sollten wir mittlerweile um echt haben. Oh Gott, ich dacht, der hat gerade gewittert, aber es war nur... Hehehe, hab ich mich gerade erschrocken. Wer war das mit'n Flopper? Hallo Flori Wer war das? Hat jemand gesehen wer's mit'n Flopper war? Ich weiß definitiv nicht Du bist bei mir Ich hab' dich aber nicht in meinem Mann gehabt Du kommst zu mir, was war ich dafür? Ich bin nicht sicher Geil, ich hab'n Double Barrel gefunden Ja, ich dachte das wär voll'n Donner Aber es war nur'n Flopper Double Barrel? Ja und Double Barrel hat mich abgewandert auf 17hb runter Dafür hab ich uns das testen Was willst du? Ich hab'n Flopper beschossen Du, danke, da hat'n Flopper weggebrochen Und unten hat mich einer beschossen Ja, ja, ne, ne, keine Sorge Flori ist Flori Nein, ich find's nicht Warte mal, war noch's hier irgendwie... Ja, ich wollt' die Waffe testen Ah, perfekt Wo ist Flori? In den Shaker haben, sag mir Bescheid Äh, Detektiv, Echse? Ja? Nein Nein, nicht schon wieder Moment, Moment Deswegen geh' ich... Ist der Overkill-Trader-Verlang gegangen? Nee, das hätten wir gehört Was? Ja, der ist grad so doof gewesen Wieso ist Flori denn inno? Hä? Das check ich jetzt auch nicht so gar nicht Oh, Alter Ja, Anni ist es Wir hatten Flori und genietet Hä? Einfach so Ja, dann ist es Anni Warte Danke Also ich hab' Andi... Ja, ich hab' Andi getötet Ja, ich hab' Andi getötet Ja, ich hab' Andi getötet Ja, äh... Beleb' am besten Goom wieder Denk' ich... Warte mal Es muss... Es muss Grievous sein Nee, erst mal... Es muss Grievous sein Wie du weißt Ich hab' eine Scheiße... Naja, eigentlich ist die gar eine scheiße Waffe Das war'n schöner Kill Ach, Mann, da wollt' ich gar teilen Dann geh' ich mit Flori Man, Goom Warum schießt' du mich ab? Weil jeder geschriebene Flori ist es Flori ist es Ich hab' nicht geschossen Ich hab' die Falle auf der Leiter aktiviert Ja, deswegen... Habe ich das jetzt auch nicht gecheckt, Goom Irgendwie nicht schlimm Ich hab' gerade mit Dampferl nur... Nur Hitmarker verteilt Ja, du hast mich auch abgeballert, oder? Ja, ich hab' ja auch... Hast du so klar, als hättest du die gefunden Ich hab' die gefunden Mensch Hä, wir haben's da abgemacht Warum beschuldigt ihr mich überhaupt alle? So, äh... The Detective Das ist ja ganz gut Ich hab' Flori nicht beschuldigt, das war' gut Meine Achso, ne, nein Ich hab' nur den Befehl ausgeführt Ja, meine Ich hab' nicht gesagt, dass er es ist Es tut mir leid So, mein Junge, du kommst jetzt mal wieder zurück Oh, nein Mein Leben Für Nersul Nein! Flori Deswegen geh' ich auf dieser Karte nicht in Höhlen Ey! Ist Flori, ist das? Nein, nicht witzig! What the fuck? Arni, das ist ein bisschen Verständnis Hast du einen? Warte ich für euch, kommt bei mir jetzt mal Wann war? Gut Warte mal Ist Flori jetzt? Wann war und... Du, komm mal her Axel Komm mal her Ja 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 Warte, ich schenk' dir ne Plasma Warte, hier Ne, 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 das will ich gar nicht Du bleibst jetzt mal hier und tust mir mal kurz den Arsch retten Okay Bis ich Krius wieder gerettet hab Ja gut Ich pass' auf, ich... Verteidige dich Ich pass' auf, okay Gut, Krius haben wir schon zurück So, ist jetzt Flori oder Goom? Ähm, keine Ahnung, eh noch verbunden Die können sich gegenseitig schuld machen Ich denke eh nur noch einer von beiden lebt Ja... Ne... Oh Mann Kacke Kacke, kacke, kacke Hä? Wow, 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 wow Ah Mann, da... Wieso war denn einer hinter mir? Tja... Alter, wie viele Leute konntet ihr den denn wiederbeleben? Ne, ich hab... Ja... Joani hat nichts gekauft Oh Aber dann will jetzt auch noch deinen Ernst... Deinen Erzfeind wieder, also... Warum sagt ihr alle, äh... Flori ist... Ja, weil ich gesagt hab und Traitor war Das war lustig Also warum stirbst du einfach nicht? Ist ein guter Running Gag im Verhalten Ich gebe zu... Alter, ich glaube, ich glaube, ich... Nächste Runde, äh, töd dich einfach mal Ey... Ich gebe zu... Ich gebe zu... Was, wie oft? Einmal? Ja Okay, für... Einmal? Danach... Alter Schwede Ja, dann geh mir auch so Grievous, wenn du mich jetzt abschießt, dann ist es dein Tod, ey, wirklich, das ist wirklich dein Tod Grievous, das ist mein Tod und richtig abschießt Grievous, das ist gut gedacht Grievous 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 Er hat's überlebt Er hat's überlebt Er hat's überlebt Er hat's überlebt Aber mal gerade so, oder? 36 HP Hallo Warte mal Echo Da kam doch was runtergefallen Ich hab Taubel Von oben nach unten Ja? Wann war? Was ist denn mit mir? Ich lauf hier rum Ich stand direkt hinter der Boom und hinter der Echse Ja... Ich hab's von hinten genommen Ähm... Aha, ist es schon wieder so weit? Das ist der Grievous Okay, Falle verbieten wir aber definitiv nicht irgendwo Ja, wenn wir wissen, welches... Das ist ein Zauber! Wann war? Ja, Andy, du darfst, wenn du möchtest, aber es lohnt dir nichts Ich kann vorher Flory erschießen, weil er ist ja eh Team Nein! Ja, Flory ist eh Nein, 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 nein! Ach, ne! Och, Grievous Oh, Mann! Wie kriegt man das denn hin? Das ist jetzt schon... Echt? Was machst du da, Johanny? Also... Eck, was machst du da? Hallo! Da denke ich mir immer dieses Geräusch Rieus Oh, Flory? Oh, Flory? Was? Oh, oh, oh Das ist jetzt auch voralltaglich Chance, dass du Traitor bist, liegt bei 100% Ja, eigentlich schon Oh, mein Name! 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 Ich hab dir noch keinen Schaden gemacht! So, ich hab mein Videobelebt Ihr wisst, dass in dieser roten Halle ist so eine ziemlich übele Traitorfalle, ne? Oh! Und wir sind hier alle drin Ja, ich hab hier gerade Rieus wiederbelebt Ja, aber hier ist eine ziemlich übele Traitorfalle Also... Ich weiß ja nicht Ist nicht so geil Wo ist eine übele Traitorfalle? In diesem roten Raum Kann eigentlich noch jeder leben Weiß es nicht Oh, wir waren da, wurde weggesniped Neben mir Flory Nein, ich bin's nicht! Nein, der ist es nicht! Doch, doch, Flory ist es Puh! Ich hab ihm aber nicht weggesniped Da oben auf dem... Da oben drauf Da oben auf dem Turm... Ja, ich hab den Schuss gesehen Der ist da oben, äh... Er wurde mal ins Wasser... Fuck, von wo? Das war Grievous, oder? Nee, ich hab den Schuss weggemacht Ach, Mann! Ah, schön! Ich hab dir als Tode zugeschaut Wieso nimmst du denn ne Jihad? Was? Da war ne Eidjihad Ja, wieso holst du ja nicht nen Flopper? Weil die Jihad mehr mag Und aus dem meisten... Ja, ein Flopper plus Jihad zusammen, meine ich, da bitte die Jihad überlebt Mach ich immer weiter, hat nicht funktioniert Nee, ich hab die Jihad nicht mal hochgegangen, wurde abgeschossen Ich hätte es so, dass er nicht überlebt Ich hab ihn gebrötet Ach, Mann, aber mach ich trotzdem, warum uns überhaupt eine Ah, Mann, da war ich die Frage Oh, der hat der Jihad überlebt, der ganz runtergefallen Ja? Puh Tiff Gerade runtergefallen, der ist gerade durchgegangen Oh, ich wollte dich nicht schlagen, falls ich dich getroffen hab, Björni Ich wollte das Ding jetzt schlagen Ich sag ja Ich sag ja Ich hab dir hier doch keinen Schaden gemacht Also ich darf Echse töten Ja Ähm Nein Kannst du mir mal helfen? Ey, der hat mich gekillt Ich steck hier fest Ja, es wird getrunken in 3-2 Ich hab Echse gekillt Ich hab's gewonnen Mach mal Rechtskling, mach mal Rechtskling mit dem Feuer Äh, äh, call bitte Äh, call mal Call me, gell? Call me, maybe Okay, wenn Flory Wenn da jetzt keine Punkte drin sind, dann ist es Flory Sind zwei Punkte Ich Okay, Flory ist Inno Juhu! Juhu! Dann ist Goom Hahahaha So Ähm Ähm Willst du runter? Nee Ähm Dann sterb ich nur, wenn ich die Leute runtergehe Okay, dann geh ich runter Ähm Wir glühen Wenn ihr beides seid, da lebt nur noch einer, laut Radar Und zwar Und zwar Andi Das kann ich nicht sagen Da griebe es Ja, auf jeden Fall der, der hier hinten ist, ist es Wir sind beide in diesem, diesem Gebiet da Ja, ja, deswegen der, der da hinten ist, ist es Ja Er wohnt da hinten Ja, hier, da wo Ja Das Ding da ist Da Wer ist denn da Der war ein Running Gag Da so Ja, genau der Ja Juhuah 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 Also ich kann hier mal weiter labern, bevor wir Druck reden drauf TIête Wo war der denn bitte? Ach mann, dann wäre des immer noch mehr Cruz Wie komisch das war, der ist bei mir runter gefallen und in dem Moment fühle ich an Explosion Ja der hat diesen blöde... Ja, aber wann war dich getötet? Hab ich was? Ich hab nichts getötet Was? Oder hab ich dir codes Manchester über die gelandet und er hat das war creepy ist gerade runtergefallen ja aber ich habe dieses teil der überlebt ist er runtergefallen und dann aber wo standen dann bitteschön er stand einige der stand ganz kurz unter dir wirklich das konnte man nicht sehen und dann werde ich abgeschossen dafür ja ja johannis hat gefragt ob man dich töten darf ja siehst du johannis hat nicht mal jemand anders gesagt ich hab ja gesagt ich bin zwar nicht der detective aber und johannis aussehende es haben alle gesagt dass ich dich töten soll und weißt du was ich bin dete außerdem wurde die äh sword aufgenervt genervt? ja du halt nerf gun was für nerfen oh weia nerfen heißt ja schlechter zumindest habe ich es auch geschafft johannis hat so ja das kann sein ja habe ich auch schon festgestellt na grüß, machst du schon wieder hin? hä, ich töte nur alle ratten nein doch nicht, doch nicht nein, Johannis fliegt einfach davon tu es nicht mehr ich tu es nicht mehr ich tu es nicht mehr danke danke schür arsch bin nur abaktiv ja rager äh nein sicher ja andi ist andi was nein wo wo ist denn andi? mach mal ne ortsangabe nein er ist da rein er hat goom ah da ok er hat ja er hat goom da drin ist er gib mir die ich hab ihn ich hab ihn verlebt mich Achtung weg 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 griebis 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 oh man weißt du andi gehlt mich einfach direkt vor griebis auf du hättest vielleicht die beste Waffe als der winchester geboren ja 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 das wärs noch besser gewesen ich war auch aber der trick war nice jetzt letzte runde oder? ja schon ja irgendwie ach du rtl rtv das ist das neue rtv ist das neue rtl alter rtl 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 ne mach bani der das ist mir das erste Mal passiert hey ee da ist ein jump and run an, eli im miet jetzt ein jump and run rtl es ist fast warst du ein fass da ist so ein fass der meint seinen Bauch miet ist immer der der bauch ist ja wobei die ja nicht mehr so geil ist ja die ist genau wasser ist aktiviert worden traiter falle okay ich bin bei johannin der wässerchen ja extra hat es auch nicht aktiviert ja ja ich weiß doch ich weiß doch wer ist denn da gerade gewesen da war einer auf jeden fall in dem ist hier unten nicht das wasser gewesen oh wow boom das bin ich hab die flasche noch in der hand das war glücklich ja 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 ich habe getrunken ich habe getrunken ich habe getrunken so kommt schon nein noch ein jump and run mensch ich kann nirgendwo hin ich guck mal ob die traiter falle inzwischen weg ist hey wo 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 nein ist immer noch da glaube ich glaube mal ich darf jeden abschießen den ich sehe das würde ich mir nicht behaupten na gut willst du mich eigentlich verkack eiern bin ich nicht so nett von dir oben ich weiß ich habe ein radar oh nein dam dam da ähm oh man wir stehen sich da gegenüber jetzt ja man wir haben beide nach unten geguckt cool ich würde sagen das war's wir haben zu dritten nach unten geguckt ja tschau